Hi, ich bin's wieder, Ela von Bolli Schiebling. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ela zockt eben kurz an. Und ich habe euch mitgebracht dieses mega coole Spiel und zwar ist das Roger Rabbit. Wer kennt den Film mit dem Realfilm und mit dem Comic da drin? Ich fand das immer cool. Mal sehen, wie das Spiel ist. Wir starten die Motoren. So, ich werde wieder kleiner in der Ecke. Da ist das Nilpferd, das freut sich schon mal. Ein Stückchen kleiner muss ich noch werden. Nein, ich habe es genau angepasst. Haha, ist von Disney. Da stand jetzt nicht, wann das rausgekommen ist, das Spiel. Ich weiß, es ist jetzt nicht. Schreibt mir Kommentare, wann ist das Spiel rausgekommen? Ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst, aber Roger Rabbit. Zähne, one. Oh, hier geht das Telefon. Oh, ist das losgemacht? Guck mal. Da geht es aus für Roger Rabbit. Marvin ist dran. Roger, it's me. I have a real seriöses Problem. Ja denn? Natürlich komme ich zu deiner Fabrik. Auf jeden Fall. Ich bin auf dem Weg. Wer sind die? Sind das Feinde? Freunde? Wer sind die? Kann ich ansprechen? Also, eins, weil auf jeden Fall. Die Musik wird ewig gehen. Wahrscheinlich wird sie mich auch im Traum verfolgen. Entschuldigung, ich habe irgendwie auf dem Hals. Er hat gesagt, im Norden ist die Fabrik. Kann man denn in irgendwelchen Türen rein? Hoppala. Da habe ich ein halbes Herz gekostet, weil ich niederlich war. Oh, hier ist es. Wie waren die nochmal? Das waren nicht die Freckchens? Das waren Wiesel. Die Wiesels sind hier unterwegs. Die verfolgen mich. Ich kann nix machen. Ich kann weder springen noch hüpfen. Ich kann gar nix machen. Ich bin so aufgeschmissen. Ich kann nur abhauen. Schon wieder so ein Wiesel. Verdammig. Und er schießt auf mich. Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kann ich auch nicht rein. Oh, nein. Bin ich hier hoch? Ja, ich kann hoch. Was ist das? Eine Mülltonne mit einer Wiesel drin. Da kann ich mal nix machen. Okay. Hier, das Wiesel ist mit dem Aufwand zum Leder. Oha. Oh, verdammt. Mein Gott. Zwei Herzen weg. Also die Musik hat auf jeden Fall was. Ich würde mich nicht loslassen. Entschuldigung. Das wird die Fabrik sein. Roger Rabbit, I got here. As soon as I could, what's a problem? Marin Roger, I think. Oh je. Oh nein. Irgendwann will ich ihn killen. Aber warum? Ach, er weiß es doch nicht. On Tombtown. A few days ago. Jetzt gucke ich wieder da hoch. Das sieht doch doof aus. Ich muss da unten hingucken. Ahem. So. Ach. Oh nein. Er wurde erschossen. Wahrscheinlich von eins von den Wieseln. Die Wiesel. Die sind so gemein. Oh Gott. Was soll ich machen? Ich werde erst mal den Safe hier versuchen zu öffnen. Nein, geht nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann nur... So ducken. Ducken. Das sind jetzt auf einmal ducken. Komm schon, Hase. Oh, Jessica ist in danger. Oh nein. Okay. Kann ich in so ein Auto einsteigen? Nö. Den habe ich schon gefunden. Er ist tot. Oh nein. Das ist eins wieder von den Wieseln. Ihhh. Boah. Schon wieder ein Wiesel. Und ich kann nix. Studio. Schnell rein da. Mh. Mhm. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Club. Das ist doch gar keine... Äh... Gar kein Ding. Da gehe ich nicht mehr lang. Da fällt mir wieder was auf den Kopf. Bin schon auf... Ah. Ey, ich bin schon tot. Du kannst mir nur Maya schießen. Was stimmt denn mit dir? Szenen. Oh man. Ich fängst dir auf den vorne an. Ach, das liebe ich. Ja, 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 ja. Kommen wir zur Factory. Ich kann mich nur ducken. Äh, ducken. Äh, ducken. So. In der Abkürzung. Ich war ja schon mal hier. Deswegen weiß ich ja, wo ich lang muss. Oh mein Gott, das Wiesel ist hinter mir her. Äh, ducken. Aber ich finde, die Ähnlichkeit von Roger Rabbit, wie aus dem Film, ist auf jeden Fall hier gegeben. Das ist schon mal gut. Er hat Probleme. Komm hier. Du schlässig er retten. Ich habe nicht so viel Zeit. So. Wird er erschossen? Timo, einfach Senior Roger. Wird ich nichts machen? Gar nichts. Äh. Nein. Ich hätte so gerne einen Panzerknacker jetzt gespielt. So, ich fülle erst mal wieder runter in die Stühle. Wir gehen da lang. Hier zwischen den Bäumen durch. Das kennen wir noch nicht. So, da muss ich aufpassen. Da fällt mir sonst was auf den Kopf. Hier muss ich aufpassen. Haha. Ui, verdammt. Wiesel. Oh. Boah, das ist ja nicht zu fassen. Was haben wir hier? Oh nein. Das ist das Baby. Baby, hör mal. Eddie is not right now. Okay. Hm. 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 Und, wie findest du den Sound? Super. Man kann gut zu tanzen. Oh, eine Bäckerei. Ja, wie viel ist verlaufen? Verdammt. Na ja. Wer hat den Weg schon finden? Wird ja nicht so schwer sein. Hm. Das Geräusch ist immer, wie es gegen Häuser läuft. Oh, was. Oh, was. Seid ihr gemein, ey. Wie viele Wiesel waren denn das? Das waren mindestens sechs Stück. Sechs Wiesel haben mich erschossen. Sechs Wiesel. Ohne Vorankündigung. Ich hab noch nicht mal einen Brief geschrieben. Nix. Wie gemein. Die kommen alle in die Suppe. Und jetzt war es die Soße. Ach, die Soße. Oh nein. Die Soße. Wer hat den Böseweg bei Roger Rabbit gespielt? Ah, schreibt mir in die Kommentare. Wer von euch kennt den Film Roger Rabbit? Schreibt mir in die Kommentare. Wiesel. Oh, Baum. Ein größter Feind ist der Baum. Das kennen wir alle schon. Das haben wir schon ein paar Mal gelesen hier. Du 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 duu. Ja, ja, ja. Jetzt komm. Es wird ja immer länger. Gut, dass es ihn getroffen hat und nicht mich. Mich können nur sechs Wiesel gleichzeitig erschießen. ansonsten komme ich immer wieder. So. Ich habe gerade den Fehler gemacht, dass ich hier runtergegangen bin. Jetzt gehe ich aber hier meinen Weg hier wieder lang. Achtung auf seine Füße, wie lang die sind. Wenn er so läuft, sieht das aus wie Pfannkuchenfüße. Oh Mann. Es quatscht doch mit ihm. Er will nicht mit ihm quatschen. Ich weiß, dass er mit ihm quatschen muss. Er quatscht nicht mit ihm. Jetzt aber. Meine Güte, das nimmt er aber hier ganz genau. Wieder geht der Muckel hier los. Ich traue mich nicht daran. Da ist so ein bösartiger... Ich wollte ihn auch erschießen. Die wollen mich ja alle erschießen. Die wollen mich ja alle töten. Das ohne Fledermäuse. So. Oh, komm, wir sind mal hier unten. Oh nein. Ich wusste es. Aber wie soll ich dem ausweichen? Wo bist du? Das ist Lucy. Oh, just the second one. Yeah, yeah. Yeah, yeah. If you want. Ah ja. Alles gut. Ich gehe wieder raus. Es war nett, mit dir gesprochen zu haben. Gehen wir hier rein. Uh, hier ist die Treppe nach oben. So, zapp, 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 zapp. Oh, ich habe das Passwort. Aha. Sehr gut. Dann kommen wir direkt wieder hier raus. Wieder rechts rein. Dann kommen wir wieder zu Lucy. So. So. Dann muss ich mal hier. So, rein da. Hm, das sieht jetzt aus. Das kann ich noch nicht hören. Aber habe ich doch. Na, dann nicht. Das ist ja unten lang. Batschen, batschen, batschen. Oh Gott. Da waren sie wieder. Oh, verdammt. Ja. Das Spiel war schön. Sehr hübsch gestaltet, finde ich. Ich finde das cool mit diesem Schriftrollengelumpe da an den Seiten. Also, das ist so, wie so eine Filmrolle ist. Nicht Schriftrolle, Filmrolle. Was rede ich denn hier? Finde ich cool. Ich finde da sowieso Roger Rabbit cool. Ich finde den Film so mega cool. Witzig halt eben. Witzig gemacht. Mit dem Wieseln. Wo die dann als Engelchen so hochgehen. Finde ich ganz cool. Ja, man hätte ein bisschen weiter noch gucken können. Aber das müsst ihr dann schon selber machen. Weil ich zocke eben nur kurz an. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Spiel? Lasst mir ein Like da. Vielleicht ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Und ich werde mal schauen, welches das ist. Lasst euch überraschen. Ich sag mal so, tüdelü, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.